Was sind die häufigsten Symptome einer Weizenallergie? Eine Weizenallergie ist eine etwas häufige Nahrungsmittelallergie, bei der der Körper auf verschiedene Proteine im Weizen negativ reagiert. Es ist nicht dasselbe wie Zöliakie, bei der es sich um eine spezifische Entzündung des Darms handelt, aber es kann auch mit einer glutenfreien Diät behandelt werden. Die Symptome von Weizenallergien variieren stark, können jedoch Atembeschwerden, Verdauungsstörungen und Übelkeit umfassen. Andere Symptome können Hautreaktionen wie Eczeme oder Nesselsucht, Asthma, Miesen und Kopfschmerzen sein. In Anbetracht des breiten Spektrums an Symptomen bei Weizenallergien deutet ein einzelnes Symptom normalerweise nicht auf eine Weizenallergie-Diagnose hin. Trotzdem können in einigen Fällen Weizenallergien tödlich sein. Daher sollten Symptome, die auf Weizenallergien hinweisen, sorgfältig beobachtet werden. Eines der häufigsten Symptome einer Weizenallergie ist das Eczem. In einigen Fällen können sich auch Bienenstöcke entwickeln. Schwellungen sind ebenfalls üblich und können gefährlich sein, wenn sie in Bereichen auftreten, die zum Atmen benötigt werden. Hautreaktionen sind ein guter Indikator für eine Allergie und sollten sorgfältig untersucht werden. In vielen Fällen können die Symptome einer Weizenallergie Verdauungsprobleme umfassen. Eine Person kann Übelkeit, Krämpfe oder sogar Erbrechen erleben. Es kommt auch häufig vor, dass andere Verdauungsprobleme auftreten, wie Durchfall- oder Reizdarmsyndrom. Menschen hören oft intuitiv auf, Dinge zu konsumieren, bei denen sie sich krank fühlen. Bei Weizen ist dies jedoch schwierig, da so viele Lebensmittel Weizenproteine diskret enthalten. Verdauungssymptome haben daher die Chance, sich auf ein ziemlich ernstes Niveau zu entwickeln. Manche Menschen empfinden Asthma, Heuschnupfen, Niesen oder Husten als Reaktion auf Weizen. Weniger häufig sind Kopfschmerzen, Arthritis und andere Arten allgemeiner Schmerzen auch mit dieser Allergie verbunden. In einigen Fällen kann eine Person Schwindel oder Lethargie verspüren. Diese Symptome sind sehr allgemein und sollten nicht zur Bestimmung einer Allergie verwendet werden. Mit Weizenallergien sind manchmal eine Vielzahl von mentalen Effekten verbunden. Zum Beispiel werden Depressionen und Stimmungsschwankungen manchmal als Symptome von Weizenallergien gemeldet. In vielen Fällen sind diese Symptome auf ein allgemeines Gefühl des ständigen Unwohlseins zurückzuführen, das Menschen häufig unglücklich oder depressiv macht. Bei wiederholter Exposition verstärkten sich die Symptome einer Weizenallergie häufig. Dies ist unangenehm, erleichtert jedoch häufig die Bestimmung der Ursache von Symptomen über einen bestimmten Zeitraum. Im Allgemeinen sollte eine Person, bei der mehrere der Weizenallergie-Symptome auftreten, einen Arzt aufsuchen, auch wenn die Allergie nicht gegen Weizen gerichtet ist, sind diese Symptome wahrscheinlich mit einer Art von Krankheit verbunden, die von einem Arzt diagnostiziert werden sollte.